Uiiiuiuiuiuiui Ohja wir sind ja fast fertig, läuft doch. Was heißt fast fertig? Wir sind fast hier vorne. Jetzt kommt schon wieder so ein Klon hier ey. Alter geh doch einfach weg ey. Lass doch einfach mal die Großen und die Erwachsenen spielen. Geh du doch einfach mal weg. Heilandseppel, ey. So. Schwuppsdiwupps. So. Ich überlege, wie ich das jetzt am blödesten mache. Kein Mensch hat gedreht. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen runtergehen, oder? So, na, komm. Hoch, 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 hoch. Schneller, hoch, schneller, schneller. Oh Gott. So. Schwuppsdiwupps. Schwuppsdiwupps. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ah, warte. Ah, das war jetzt dumm, ne? Na, doch, ist egal. Oh, schon wieder soweit. Alter. Kein Aufgepasst. Scheiße. Aber es ist n... Hat da ja nicht aufgepasst, ja, wa? Hat da nicht aufgepasst. So. Äh. Zack. Und dann müssen wir eigentlich hier weitermachen, ne? Aber das seid ihr zwar zu viel. Ah, ich gehe hier noch drauf. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. So. Hier, Kohle. Was? Ne, aber das ist doch... Hä, das ist doch zu niedrig, oder? Das ist nicht zu niedrig. Oh Gott. Oh. Schwimmt hier. Ah, ich bin voll. Ich kann nichts aufnehmen. Neuronfrost. Bin komplett voll. Ah, wobei, den Scheiß kann ich wegschmeißen. So ein bisschen konnte ich mitnehmen, aber ich bin echt fast voll. Ah, krass. Aber ich bin... Eins zu tief. Auf jeden Fall sehe ich. Eins zu tief, auf jeden Fall. So. Ich danke dir. Okay, danke schön. So. Ja. Und jetzt? Ähm. So. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dä, 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 dä. So. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, wir brauchen sie eh. Zap, zarap. Na, mach doch. Diese Tiefe macht mich fertig. Oh, danke, vielen Dank. Sehr lieb von dir. So, dann. Oh Gott, wir werden so viel Sand brauchen. So abartig viel Sand. Und so abartig viel Glas. Oh. Alter, ich bin fast tot. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Bin gleich tot. Einfach mal nicht aufgepasst, ne? Ach nein, scheiße. Zack. Okay, pass auf. So. So. Alter. Beweg dich doch, ey. Ich weiß nicht, was ich da manchmal drücke. Geil, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Irgend. Ach, scheiße. Konzentration. Konzentration. So, runter. So, pass auf. Dann. Irgendwie der Wurm hat drin. Weiß auch nicht, warum, ne? Irgendwie will das alles heute nicht so. Also, als ob mir Minecraft sagen will, spiel was anderes. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ba, 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 ba. Halt, hoch. Hoch. Und was essen. Aber der lädt halt echt ganz schön lang, ne? Also, er zieht echt ganz schön hinterher, ne? Sehr dubios. So. Ach, das war es auch schon wieder. Zack. Ich meine den Steam, aber. Echt? Okay. Finster? Hm, okay. Okay. Hm. Ja, das liegt, keine Ahnung, woran es liegt. Aber eigentlich, am Internet kann es nicht liegen. Ich habe geschaut, ich habe hier 51 MBit. Am Internet kann es nicht leaschen. Und OBS sagt mir auch, läuft alles glatt, also. Keine Ahnung. Oh, mit dir. Oh, mit dir. warum warum jedes mal ein zu viel da unten sieht aber auch schon geil aus mit dem magma und auch schon was das ist irgendwie nicht immer irgendwie verwirrt man sagt das stimmt wohl das stimmt wohl das verstehe was du meinst 1 2 3 4 5 6 7 8 8 halt falsche richtung 8 machen wir noch zwei noch drei noch drei genau so auch alter sieht das geil aus so 20 screen alter neunfoss danke für deinen host ich danke dir vielmals danke so alt alter neun fast vergessen alles gut danke dir so kein glas mehr das sieht halt auch geil aus ne so wir brauchen viel mehr glas für unser projekt wir brauchen erstmal viel mehr glas ein so prinzessin schla valium hier kannst du dich mal und dauert denn das so lange kannst gleich wieder eine klatsche an mein freund ja wird so warum steht ein creeper bei mir im schlafzimmer was ist mit dir aber das ist doch hier eigentlich alles hell genug so steht einfach ein creeper im schlafzimmer denkst du nichts böses unfreundliche person ist da los kann nicht schlafen dann müssen wir dadurch treibst du denn schon wieder so glas sand stein stein doch jetzt geht's warte so bruchstein bruchstein sand 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 vor allem stein dass man einmal stein noch da bruchstein noch da ja da haben wir ein bisschen auf jeden fall ein kleines bisschen so zombie käse kommt hierhin die hähnchen sind ja schon gegrüllt ich hab den eisengohle mit eiern beschmissen ich war das nicht unten im keller haben wir noch was unten im keller haben wir doch noch glas was ruhe 31 ist aber auch nicht so viel zapp zapp so warte mal wie heißt denn der wie heißt denn der jetzt muss ich mal schnell was gucken kennt einer von euch den youtuber schieb gg kennt den einer von euch komplette verwirrung was für eine krankheit der macht hier auf youtube zeigt der tutorials für minecraft gebäude oder sonst irgendwas voll krass was der da zimmern habe ich letztens ein video gesehen da hat er an den an den felsen also an den felsen berg hat er praktisch wie so ein wie so ein ballon er hat so einen langen steinsteg gebaut und hat unten drunter ein schwebendes haus gebaut den rund alter sah richtig krass aus also der baut er echt gute häuser auf jeden fall wo kommst du denn her was ist mit dir geh weg wo ey nein alter hatte ich aber mal schwein der sack oh so lass mal ein bisschen sand hier irgendwo klauen alter diese hühner hier überall einfach nur so übertrieben also der baut richtig geile gebäude ist schon echt nicht schlechter sand 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 wir brauchen so schwer brauchen so wir brauchen so so neuron forst vielen herzlichen dank für deine 5 euro donation ich danke dir vielmals ganz 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 lieb von dir ganz ganz lieb von dir hier mal eine kleine aufmerksamkeit dankeschön vielen vielen dank so wir brauchen 10 millionen milliarden aber millionen tonnen sand so wir tragen jetzt einfach alle sand schichten ab auf diesem server darf es kein stückchen sand mehr geben wird alles zu glas verarbeitet wird alles zu glas verarbeitet ach meine brille nein 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 natürlich nicht mein privat stand bleibt natürlich ansonsten kann alles weg so ich besorgte schon sand und mengen ja ich besorge auch noch mal ein bisschen ich besorge auch noch mal ein bisschen so nein oh god die ist auch gleich weg ne gut ich besorge keinen sand mehr ok 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 verteilt nur ein holz so die wüste kobe gibt es nicht mehr okay mir fehlt doch was oder sehr komisch sehr nice dann haben wir ein bisschen sand da schmeißen wir auf jeden war mal die schmelzen an sehr nice ein bisschen sand haben wir läuft doch sagt was soll mir hier noch drin sagt sagt da haben wir noch was kommen die zwei kriegt man auch noch irgendwo unter sagt läuft so die lassen wir jetzt erstmal durch hauen sondern könnten wir rein theoretisch rein theoretisch mama unten hätte ich gesagt alles mit diesen stein ziegeln hin brauchen wir noch ein bisschen stein sagt nein sagt man könnten wir unten warte mal dann brauchen wir auf jeden fall und meine schaufel macht gleich zwei sind wir auf der sicheren seite zack zack dann hätte ich sagen wir mal unten oben der glas tunnel und an den seiten machen wir dann den stein hier ran beziehungsweise dann auch die treppenstufen das weiß ich nicht wollen wir darauf einfach die stufen setzen könnten wir nicht auch machen aber dann müssten wir so und dann müssten wir aber hier schon da sieht so irgendwie ein bisschen doof aus aber auch quatsch geht schon geht schon so dann müssen wir auf jeden fall hier alles weg machen zack 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 da müssen wir auf jeden fall auch noch wegnehmen so da müssen wir mal gucken wie wir das jetzt genau machen so dann hier zack 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 z Alter, du machst mich fertig, ganz im Ernst. Kommt jetzt auf einmal das Wasser hierher? Alter, ich flippe aus. Zack. Kommt dann auf einmal das Wasser her. Hallo? So, komm doch mal her. Prinzessinradio. Geh doch einfach mal da rein. Hallo, hallo. Alter. So. Was heißt denn hier? Beruhig dich. Beruhigen sie sich. So, du musst aber weg. Bringst mir ja nix. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. So, hier. Schon wieder. Was ist mit dir? Achso, jetzt hängen wir hier an der Decke, ne? Haben wir mir schon gedacht. Oh, das sieht aber schön aus hier. Oh, das ist aber, oh, oh, schön, ja. Hat jemand was gesehen? Ich nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Fuck you. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. So. Fuck. Fuck.